...hersage für euch. Wie sechs? Wie sechs? Eins? Eins? Dreiundzwanzig? Dreiundzwanzig? Zwei? Zwei? Achtundzwanzig? Achtundzwanzig? Drei? Drei? Siebenunddreißig? Siebenunddreißig? Vier? Äh... Dreiunddreißig? Dreiunddreißig? Fünf? Fünfundvierzig? Fünfundvierzig? Sechs? Einundvierzig? Äh... 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 Neunundachtzig? Neunundachtzig? Acht? Fünfzig? Pünfzig? Sieben? Sieben. Eins? Eins? Wie ist die Telefonnummer von Sieben in Sieben? Sieben in Sieben in Sieben in Sieben in Sieben in Sieben in Sieben? Achtundzwanzig? Fünfunddreißig? 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 Siem und объizierten? Und die Vorwahl von Singapur? Fünfunddreißig? Zwei? Die Vorwahl von Namibia, bitte. Aber das ist Namibia. Moment. Das ist die 264. Ich practicing. Drei? Die Faxnummer vom Hotel Borg in Island. Einen Moment. Alle Moment. 55, 11, 42, 8, und 304, 4, die Nummer von Avis in Buenos Aires, bitte. Ja, die Nummer ist.